und auch nicht in dieser oder der vorkammer ich glaube auch nicht dass es der da ist oder der da auch nicht die frau dahinter oder bist du es da geht es nach oben links und rechts nein nein wo ist er denn ja da ist er oh wenn da you don't know how relieved i am that you found that's a fire i don't even want to think about it if you hadn't where's here's the finest reward i can give you a short sword please accept it with my sincere thanks ein verzaubertes schwert ein elfen kurzschwert verzaubert powers unknown das nehmen wir mit ist es auch hier ja cool das ist echt cool jetzt müsste die quest auch cool jetzt müssen die quest auch erledigt sein also nicht mehr drin doch von his friend hold of okay keine ahnung was das jetzt schon wieder soll vielleicht muss ich ja auch erst das haus verlassen oder vielleicht hat er noch was für mich i don't have time for your type dann halt nicht rasten mich jetzt aber auch nicht wo ging es hier noch mal raus da war der junge da okay speichern so jetzt hier mal kurz im wagen was wir da alles rein hauen können magisch ja gut silber dolch da haben wir ja noch den stock also kommt das mal weiter dann haben wir elfensäbel und elf und claymore 4 bis 20 hier 5 bis 14 das claymore kommt weg nein halt warte halt warte mal den säbel genau und was ist das hier elfenlangen schwert wir behalten uns das claymore kommt das vorerst mal weg der bogen und die pfeile die lasse ich mal da vielleicht brauchen wir es ja irgendwann mal oder vielleicht haben wir irgendwann mal die gelegenheit dafür das zu benutzen die magischen items das können wir verkaufen und dass das was ist das ein elfen kurzschwert dann haben wir das elfenschwert hier auch noch mal weg das war doch das elfenschwert oder ja elfen claimer ok so was hatten wir hier pergament das können wir auch verkaufen ingredienzen einiges haben wir schon so dann reisen wir nach sentinel feind sentinel jetzt drei tage gottchen und long blade hat sich erhöht wie viel schaden wir machen wir denn jetzt mittlerweile schon long blade 51 cool und wo ist dodging hier 14 prozent chance auszuweichen 22 prozent kritische treffer chance nicht schlecht und giantisch nymph nymph spriggen impisch man kann sprachen lernen und mercental mercen keine ahnung was das ist pickpockets das ist glaube ich taschendiebstahl lockpicking weiß ich nicht was das ist etikette keine ahnung jumping harpy dragonisch deadrick centaurian ich glaube man kann hier echt sprachen lernen swimming backstabbing running was gibt es sonst noch illusion mysticism restoration archery short blade und blunt weapon und thorn and maturgy das waren glaube ich die wunde alteration veränderung hand to hand destruction long blade and axe ja gut mit dem langschwert sind wir jetzt ja am besten 5341 gold wie cool ähm so schloss ist vermutlich genau dort da bin ich jetzt hin und dann sehen wir mal ob wir eine neue quest bekommen aber es freut mich dass wir jetzt endlich level 3 sind sind wir jetzt im wasser mit dem pferd ich glaube ja 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 wir waren im wasser wir sind gerade etwas erhöht wieder erhöht ein bisschen also haben wir die Höhe wurde etwas erhöht so braves Pferd jetzt wird abgesessen mond und karo so wir gehen nach vorne zum prinzen vielleicht hat der prinz ja noch eine aufgabe für uns wenn nicht dann fragen wir die königin und wenn auch die nichts hat dann bleibt nur noch die dame am eingang die bisher nicht mit uns reden wollte äh ja jetzt ich war gerade im aufzug drin zum Glück konnte ich rausspringen so aber wir werden eindeutig stärker die ratten töten wir schon mit ein bis zwei schlägen skelette können wir auch zwei hintereinander töten ohne zaubern okay der hat nichts mehr für uns das wird schon cool die hat auch nichts für uns dann bleibt nur noch die frau am eingang und wenn die auch nichts für uns hat dann sind wir hier fertig dann können wir das nächste königsschloss machen entweder veyrest oder daggerfall und ich persönlich würde eher daggerfall wählen weil dann können wir dort mal zur bank gehen so so Why would I help a complete stranger, especially one with your reputation? Puh! Was ist mein Reputation? You have no affiliations. Okay. You are healthy. Spellbook History Increased Murdery in Spell Points verbinden Armour-Type-Chain-Plate-Shield-Type-Kai-Shield-Tower-Shield. Oh. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht durchgelesen. Das lesen wir mal durch unsere Geschichte. There was very little simplicity in your life as a child. Your mother was as harsh as she was beautiful, and her wrath, if you displeased her, was terrible indeed. Your father was an equally fearsome man. You learned the ways of power from them, particularly how to harness and use the raw forms of magicka. There was no question of whether these energies of destruction should be used, only how it might be done. One. Occasionally for variety you dabbled in other colleges of magic, learning how to sharpen your natural and unnatural senses, but the school of destruction was your speciality. So, jetzt habe ich natürlich nummerweise den Laptop nicht angemacht. Den mache ich jetzt mal kurz an, damit ich Google benutzen kann. Ähm, vielleicht lese ich währenddessen den zweiten Abschnitt. Oh, ich habe das falsche Passwort. So. You remember your parents talking about the Imperial Battlemage, Jager Thorn. Hey! How it was known in their circle that he had usurped the power of their land away from its rightfully ruler. No one dared to move against him. Battlemage stimmt nicht, wir haben's gewagt und das als Jäger. Battlemages themselves, your parents, invite Thorn's success, but you betide Thorn for he had to move incognito. One day in your 20th year you received a visitor at your house with the news that a powerful hero had killed Jager Thorn and restored the exiled Emperor to the throne. Cool! Als wir, als wir Jager Thorn im ersten Teil getötet haben, waren wir 20 Jahre alt in Daggerfall. Also mit unserem Daggerfall Charakter. Das ist ja echt cool. So, jetzt mal nachsehen. So. Google. Starte dich doch bitte Mozilla Firefox. Geh an. Jetzt. So. So. Ich hätte bitte Google. So. Und. Oh, das Internet ist mal wieder sehr langsam. Jetzt. So, mit was fange ich an? Ähm. Das da. Subletty. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Äh. Da war sehr wenig Scharfsinnigkeit. Oder. Subtilität steht da. Aber das verstehst du. Aber nicht. Feinheit in deinem Leben als Kind. Äh. Deine Mutter war sehr. Ähm. Hart. Ähm. Äh. War so hart wie sie schön war. Und ihr. Äh. Ihr Zorn. War. Ähm. Ähm. Was heißt denn? Ähm. Ähm. Was heißt denn? Mit ihrer furchtbaren Tätlichkeit. Irgendwie sowas. Ähm. Dein Vater war ein wirklich furchtsamer Mann. Also man hatte Angst vor ihm. Ähm. Du hast die Wege der Kraft von ihnen gelernt. Teilweise. Ähm. Oder was. Was heißt denn? Genau. Ähm. Insbesondere. Wie du die. Ähm. 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 Die rohen Formen der Magie ausnutzen kannst. Ähm. Da gab es keine Fragen darüber. Ob diese Energien der Zerstörung genutzt werden sollten. Oder nicht. Es ging nur darum. Es zu machen. Für gewöhnlich. Ähm. Gab es Varietäten. Also Abwechslung. Und. Was heißt denn? Und du beschäftigst dich auch mit anderen Schuhen der Magie. Ähm. Was heißt denn das schon wieder? Ähm. Um deinen. Ähm. Deinen. Sinn für das Natürliche und Unnatürliche zu schärfen. Aber die Schule der Zerstörung war deine Spezialität. Ähm. Du erinnerst dich noch an wie deine Eltern eins über den imperialen Kampf Magier Yagatan redeten. der bekannt war in ihrem Zirkel. Was heißt denn Usurped. Ähm. Und dass er die Macht des Landes an sich gerissen hat. Ähm. vom eigentlichen Kaiser. Also dass er den Kaiser gestürzt hat. Keiner traute sich gegen ihn zu stellen. Kampf mag. Ähm. Kampfmärger selbst. Ähm. So wie die Eltern. Was heißt denn in Wahrheit. Oder in Wied. Wir beneideten Tarns Erfolg. Wie Tarns. Ähm. Aber du bin mitleidest. Hast ihn mitleidet. Für. Ähm. Dafür dass er inkognito sein musste. Eins Tage als wir 20 waren. Ähm. Kam dann. Ähm. Haben wir dann von einem Besucher in unserem Haus die Nachricht erhalten. Dass der kraftvolle Held. Äh. Dass ein kraftvoller Held Yagatan getötet hatte. Und den eigentlichen Kaiser wieder auf den Thron gesetzt hat. Der Throne. Ähm. Ähm. Accepting the transfer of power as a natural process your parents took the news with only mild disappointment. Was nein jetzt nicht. So. Ähm. The visitor also brought the news that there would be a great celebration in Imperial City. Once the courier left you asked your parents if you could go to the celebration. Your mother and father discussed it for some time before deciding that it was time you made your own way in the world. Your mother gave you a katana and your father gave you a very unusual stuff. Then you were sent you on your way to the Imperial City and the celebration. Wir haben das Katana wir von unserer Mutter und den Stab von unserem Vater. Wir müssen die Gegenstände behalten. Die Waffen. After many days of travel you approached the capital of the realm the Imperial City. You noticed a small band of travelers only a short distance in front of you. As you joined them you were attacked by brigands who had been lying in wait in the woods along the road. One of the brigands raised his short sword to strike you. In a natural reflex you tried to deflect the blow with the staff your father gave you. As the sword struck the staff a great ball of lightning erupted from it and both weapons shattered. Okay. Pfff. Pff.